Ja und Scharka Schütz und ich, wir stehen hier schon, das kann ich jetzt ein bisschen überraschen. Scharka, Gratulation! Dankeschön! Berlin Hoppegarten feiert mit dir und ein weiterer toller Treffer für diese wunderbare Trainingszentrale. Wir haben gerade auf den großen Bildschirm hier geschaut und haben Sibylle Vogt beim Reiten zugesehen. Das ist ein Augenschmaus einfach. Ja, ist und vor allem die passt fantastisch auf meine Pferde. Und die kann das wirklich super umsetzen, was ich hier sage. Ja, ich brauche da keine große Ordnung geben. Ich sage nur einen von den Pferden, die kennen sie mittlerweile total. Und die hat absolut freie Hand. Das Rennen an sich, jetzt hat Sibylle gesagt, Mensch, die Scharka sacken was über das Pferd, aber eigentlich nie, was ich hier machen soll, das darf ich alles selber entscheiden. Und es läuft trotzdem einfach Bombe. Ja, vor allem, ich wusste, dass sie gute Chance hat. Die Startboxer 1, wir wussten, die kommt wahrscheinlich nicht nach außen. Da haben wir gesehen, entweder kommt sie raus oder wenn nicht, dann bleibt sie ganz innen. Und die 2000 Meter, das ist ihre äußerste Strecke. Und ich wusste, das wird schnelles Rennen mit Ennis und habe ich gedacht, auch mit Moonpower. Die sagen, die werden sie da irgendwie, und dann doch es natürlich immer vorne geht. Also es wird schnelles Rennen und die soll sie einfach postieren und dann wird sie sehen. Und es ist sich voll aufgegangen. Scharka, du darfst rüber zur Siegerehrung. Sibylle wartet schon. Und wir folgen einfach mal unauffällig und wollen jetzt natürlich dann auch gratulieren. Da stehen sie nämlich und freuen sich über diesen Treffer. Das sind auch ein paar Kilometer, die man da erstmal auf sich nehmen muss, bis man hier in München ist. Aber immer gern gesehen, unsere Gäste aus Berlin-Hoppegarten. Preis der Bayerischen Champions, Ausgleich 3, über 2000 Meter. Und am Ende ein wunderbares Rennen für die Programm Nummer 9, All My Love. Das ist die Fäge Authorized aus der All About Love. Da ist ganz viel Liebe im Spiel, passend zur Jahreszeit und für den einen oder anderen. Frau Brieskorn ist die Besitzerin. Scharka Schütz ist die Trainerin. Und Sibylle Vogt war so ein toller Ritt schon wieder. Gratulation zum Sieg. Und mit diesen Impressionen geht es nur strax zum Endkönig-Einlauf und den Endquoten.